Bro, was machst du, hä? Das ist ein SNG, Digga. Digga, die Waffe ist krank. So, wieso beamst du die denn auf 500 Meter? Ich kann nur empfehlen, die Waffe mal auszuprobieren. Was muss ich hier gerade lesen, Chad? Vier Wolfen nach der Veröffentlichung, die ersten Single zum neuen Album werden Rammstein wohl ein weiteres Lied präsentiert. Jetzt wurde erst hier von Bordsohn bekannt. Im neunten Lied des neuen Rammstein-Albums singt Till Lindemann über, in Anführungsstrichen, dicke Titten. Airport? Ja, genau, ein bisschen Abwechslung, ne? Falsch, klappt es schon mal? Nice, ich bin echt stolz auf Dill. Okay, ganz schön ruhig hier. Zu ruhig. The fuck. Oberer Etage ist, glaube ich, ne? Ja. Okay, es sind mehrere. Kann sein, es ist die Gegeneinander, Miteinander, who knows. The fuck. Das ist gerade jemand an mir vorbeigegangen. Das ist du. Sorry. Das war ich. Ich glaube, da kommt noch jemand hoch, oder? Ja. Weiß ich nicht? Ja, ich höre noch jemanden. Unkomplett. Oh, hier ist was? Ja. Waffe leer, nice. Der ist jetzt weggegangen. Fuck, ich hätte den so haben können. Der ist hier drin. Der ist noch da, ist noch da. Schießt gut auf mich. Obendrauf, ja. Obendrauf. Das war der Typ aus der Treppenhause. Ach, keine Ahnung. Ja, das war ein guter Anfang. Souverän gespielt. Zusammen. Ich hole mir nochmal hier eine Kiste, dann können wir sogar noch eine Drohne mitnehmen. Oh, wir fighten hier vorne. Wollen wir hinlaufen? Ja, von mir aus. Sheeprake bei dem da. Ah, schade. Wie habe ich den nur Sheeprake geschossen? Schade. Ja. Ja, perfekt. Neun Hitmarker. Wir haben das Ziel geholt. Nein. Oh, das ist... Oh, nein, die schießt auf mich. What the fuck? Hier hinten ist auch was drin und snipet auf uns. Ja, der kommt, glaube ich. Raus ist der. Ich habe den nicht gefunden. Gefechtsbogen. Oh. Kass, ne? Der drückt die ganze Zeit schon. Er ist wahrscheinlich im Brennen oder so. Ah, hier ist der links angeschossen. Ja, hinten aus dem Haus, da. Ja. Pieck. Jetzt piekt er nicht. Jetzt piekt er nicht, Digga. So ein Wichser, Digga. Gucken da beide drauf. Komm doch. Hier ist er, der Klaus. Gut. Blöd. Was hat der gemacht, Mann? Weiß ich nicht. Aber ja, hier hinter war auch nochmal jemand, ne? Ah, hinter mir noch. Hat der vor uns. Ami. Komm. Crispy Bacon. Geiler Name. Ich wusste nicht, worauf ich mich konzentrieren soll. Nein. Meine Chaot. Schade. Nein, die laufen. Schade. Ich treffe die nicht. Ich treffe die, okay, ne? Ich schiebe break ein. Da oben ist einer. Oh. Ist der das nicht? Da. Ja, doch, da ist er doch was. Ich sehe ihn leider nicht. Sheep break. Ich sehe ihn nicht. Ich habe einfach den Busch eingeschossen. Ja. Und ja, ansonsten bei der großen Barren hier, da war er, da hat er hingeschossen. Oh. Ja, das sind die, die ich eben angeschossen habe. Nice. Cluster drauf. Ich werde von rechts angesehen, aber ich sehe nicht von wo, Mann. Flinch, zu krass. Flinch, zu krass. Ah. Perfekt, da war er noch zweiter mit Sniper. Das ist aber ein anderes Team. Ja. Einer Koppel. Ich habe nur den einen gesehen und dachte, ich kann gegen den Flinch ansnipen. Bro, was machst du, hä? Die Waffe ist krank. Das ist ein SNG, Digga. Digga, die Waffe ist krank. So, wieso, wieso beamst du den denn auf 500 Meter? Ich kann nur empfehlen, die Waffe mal auszuprobieren. Oh shit. Habe ich nicht mit gerechnet, dass die so pushen. GGs. Hat mich verspielt. Boah. Was ist das für eine Scheiße hier zusammengebaut? Oh, was? Das Gas weitet sich aus. Hast du halt unfassbar krass gespielt gerade. Danke, Digga. Irgendwie das Gefühl, weißt du, sammeln wird es jetzt nicht mehr. WP. Was warst du mit der Waffe? Kannst du hier rein? Der hat eigene Waffen. Der hat gegen jemanden gekämpft, hier im anderen. Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Ich glaube, der hat den anderen getötet. Oder? Nee, der ist nicht. Nee. Im Laster. Der ist eingestiegen. Nice, Mann. Wichtig. Du hast ein großes Geld, Alter. Oh, ich habe nur an dich gedacht. Beim Kaufen. Kann man auch positiv sehen. Hast du recht. Oder halt, dass ich überfordert bin. Und wie hoch die Treppen? Das sind wir genau in der Mitte von allen, ne? Let's try. Wir können auch links hoch, ne? Und wir sind... Ja, über uns sind Leute. Wir können auch hier drin sein, natürlich. War das über uns? Ja, Digga. Nee, 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 nee. Warte. She cracked. Deathboat. Finished. Der hat sich komplett verspielt. Und ich habe ihm No-Scope gegeben mit der Ikes. Der hat sich komplett verspielt. Ich habe ihm No-Scope gegeben. Wo ist der andere? Richtung Südwesten. Südwesten. Okay. Keine Chance mit Ikes. Er wird angeschossen. Ja. Push, push, push. Der ist hier hinter. Auf der anderen Seite. Ja. Nice job. Und dann die anderen, genau. Noch einer auf dem Dach. Wir werden von unten auch angucken. Vorsicht. Ich habe keine Plates mehr. Down, Niner. Ich habe auch einen genockt. Okay, ich hole. Wir müssen hier, glaube ich, einfach mal hoch, ne? Hier hinter sind sie. Da. Wo ist der? Obendrauf, also. Oh, Junge, danke. Leben gerettet, gerade. Oh, hier sind Platten, nice. Oh, er hatte acht. Let's fucking go. Ich bin auch fein. Jetzt sucht das Team unten beim Ping. In so einem Häuschen drin, oder was? Nee, die waren bei diesem orangenen Kran da. Okay. Ach, da unten. Hinter dem Kran. Bestand. Wo ist der Zweite? Ich glaube, der war hinten bei uns am Building schon. Ja, ich glaube, ich höre ihn. Oh, der war mir. Oh, der war in der Garage. Bro, das war so souverän. Fucking love it. Let's go, man. GG ist in der Chat, baby. Dicke Titten.